Na Schatz, hast du wieder Sodbrennen? Probier die Neuheit Gaviscon. Gegen Sodbrennen und saures Aufstoßen. Los, los! Er braucht spürbar schnelle Hilfe von Gaviscon. Es lindert den brennenden Schmerz in 5 Minuten und bildet eine einzigartige Schutzschicht auf den Mageninhalt. Bis zu 4 Stunden. Und? Schon viel besser. Darf ich bitten? Gaviscon. Spüren Sie den Unterschied? Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Gebrauchsinformation.